Ja, moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Vlog. Wir sind heute auf dem Weg in den Hammer-Kirmes-Park. Hinter mir kann man ihn eventuell schon sehen. Wie gesagt, ich sehe ihn auf jeden Fall. Ob ihr ihn gerade seht, weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt und wünsche euch sehr viel Spaß mit dem After-Movie in 3, 2, 1, GO! So, wir sind auf dem Platz drauf. Noch ist nicht so viel los. Hält sich eh in Grenzen. Aber gut, ist natürlich der erste Tag. Kann natürlich alles noch werden. Ich schaue jetzt erstmal, was ich als erstes fahre, weil potenziell wichtige Sachen haben wir hier. Nur zwei für mich. Einmal Jetlag, mal wieder. Und natürlich den Bonner 2-Breaker, den ich selber noch nie gefahren bin, weil ich ihn auch noch nie gesehen habe. Also da habe ich auf jeden Fall einen Break-Account. Und ja, schauen wir einfach mal ein bisschen rum. Gucken, was so abgeht. Wir fangen an mit einer kleinen Runde Bonner 2. Bin ich ja selber noch nie gefahren, deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie er sie so fährt. Aber ja, das werden wir ja da sehen. Viel Spaß wünsche ich. Okay, also die Fahrt im 2. Breaker von Bonner hat mir extrem gut gefallen, hat mir sehr zu gesagt. Fand ich war ganz gut. Herzlich sehr, sehr sanft. Also schon ganz cool. Als nächstes fahre ich eine Sache, die ich dieses Jahr schon so oft gesehen habe, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich mich darauf freuen soll. Es geht auf Jetlag. Nein. Nicht böse gemeint. Ich sehe das teilweise auch. Aber natürlich fahren wir eine kleine Runde. Wir fahren direkt durch den Skull. Wir fahren direkt durch den Skull. Wir fahren direkt durch den Skull. Das ist immer wieder geil. So, eine schöne und eine nicht so schöne Sache. Die Schöne ist, dass die Fahrtenten in Jetlag nicht gut waren. Warum Fahrtenten? Ja, weil ich die erste Runde gefahren bin, da jemand scheinbar nicht gefilmt werden wollte und ich deshalb normal fahren durfte. Die Sache ist allerdings, wenn ihr nicht gefilmt werden wollt, dann sagt mir das bitte persönlich und direkt und so und nicht so wie gerade, dass die Mädels hinterrücks dann erstmal die Security angeklatscht haben. Die Security, also mich, angemeckert hat, finde ich nicht so geil. Aber ja, die Schaustellerin hat das direkt gesehen, hat mich zu sich hochgerufen und meinte, ich soll sofort nochmal rein und dann eine Runde drehen. Also, mega cool von denen, aber Leute, wenn ihr nicht gefilmt werden wollt, sagt mir das einfach direkt, okay, danke. Als nächstes eine kleine Runde vom Musikstopp-Urrasch. Ah, nein, ja, nein. Die Fahrt war doch echt ganz angenehm gerade, ich mochte es auf jeden Fall. Ich laufe noch ein bisschen rum, gucken, ob ich noch irgendwas fahre, irgendwas will. Mal schauen, aber sonst, ja, das seht ihr ja einfach, ne. Aber genau, sonst so alles Essens der Wichtige gefahren bin ich jetzt auf jeden Fall nicht. So, liebe Leute, das war's für mich. Es geht wieder heim. Ja, ich hoffe, der kleine Block müsste das eher sein. Hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich fand's hier wunderschön und falls es euch auch gefällt, könntest ihr ihn natürlich noch besuchen. Heute war der erste Tag, hat es also noch ein paar Wochen offen. Ein paar Tage jedenfalls. Kleiner Nachtrag ist doch ganz schön voll. Also, die Leute stehen an. Bin ich ja froh, dass ich eben nicht so lange anstehen musste, ne. Na gut, ne, aber auf jeden Fall ganz geil. Ja. Mein Name ist LaVido, machst du mich Instagram, hieß sie unterstrich LaVido und auf Snapchat hieß sie unterstrich Boxserie mit zwei E. Bei mir auch so. Toni.i und R. Gut, kriegen wir ihn. Ich grüße alle meine Fans. Grüße auch. Hey, Jamie Petsch war gut, fantastisch. Ey, wir haben's so gut. Ja, beste Grüße nochmal raus an euch, Jungs. Schaut einfach mal bei dir vorbei. Ansonsten war's das jetzt wirklich. Mach's gut. Ciao.